Frau Henriette, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag heute. Ich habe da eine Überraschung. Eine Überraschung. Was hast du denn eine Überraschung? Ich habe einen Käsekuchen verbacken. Du hast doch einen Käsekuchen gebacken. Mit Würmerchen. Ja, dann kommen Sie mit bei mir vor Hause. Ja, natürlich. Frau Henriette, hier schnell, da ist die Tür. Oh, was ist denn los? Ist nicht offen. Was ist denn jetzt passiert? Das geht ja nicht. Ist meine Fehler verknüpft? Ein bisschen. Oh, Aua, Aua, Aua. Oh, Marvin. Was machen wir denn jetzt? Es ist zu. Meine Damen und Herren, wir sind hier vor dem Girafini. Vor dem Jokuz in Alptreptow. Liebe Zuschauer, liebe Kinder. Henriette und Marvin wollen einen Käsekuchen backen. Und wollen hinein. Ja, ja. Sofort kommen Sie, Frau Henriette. Jetzt gehen wir aber. Oh. Oh, 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 oh. Schon wieder. Und wieder. Und wieder sind Sie an der Tür abgeprallt. Ich mache es mit Magie. Ich mache es jetzt mit Magie. Die Tür ist beschlossen. Also. Eins. Zwei. Drei. Drei. Nochmal. Eins. Zwei. Drei. Nochmal. Nochmal. Ein drittes Mal, Frau Henriette. Also los jetzt. Eins. Zwei. Drei. Oh. Oh. Jetzt gibt es aber Käsekuchen. Kommen Sie, Frau Henriette. Marvin, ich glaube, wir müssen vielleicht hier ein Rohr rein. Das ist eine gute Idee. Wir versuchen es mal. Wir versuchen es anders herum. Los. Los. Okay, Frau Henriette, Sie kennen den Weg. Ja. Genau. Es hat den Anschein, dass Sie den Weg finden. Den Weg um das Haus halten. Beide werden versuchen, die Tür zu öffnen. Und da ist auch schon der Zaun, der zu überwinden ist. Liebe Zuschauer, ich bin nun steigt auf den Höhepunkt. Ist die Tür offen? Ja. Marvin hat es geschafft. Sie können hinein. Kommt, Frau Henriette. Kommt sie. Da geht's rein. Da geht's rein. Ein Zaun. Da geht's auch nicht rein. Ein Zaun als Hindemis. Vorhin her dem Walzer. Geht's rein, Marvin. Mami. Mami. Es gibt doch noch das Fenster. Die ist beschlossen. Die ist beschlossen. Das Fenster. Sie sehen das Fenster. Ah. Komm da. Das Fenster. Los. Sie haben das Fenster gesehen. Ja. Die Chalosien sind zwar unten. Doch es gibt eine Chance. Die gibt's bestimmt rein. Ich bin der stärkste Maulbuch. Ja. Es gibt eine Chance ins Kungakies Theater zu gelangen. Zu einer neuen Vorstellung von Käsekuchen. Ich mach es mit Magie. Mit Magie. Mit Magie. Das Fenster geht natürlich mit Magie auf. Alles geht mit Magie. Eins. Zwei. Drei. Ich probier's nochmal. Eins. Zwei. Drei. Komm mal. Eins. Zwei. Drei. 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 Wir kommen einfach nicht rein. Wir müssen ein... Bitte helft uns, dass wir wieder in dieses Theater können. Dass Henriette und Marvin ihren Käsekuchen backen können. Schon in der nächsten Woche, in der übernächsten Woche. Liebe Zuschauer, liebe Kinder, helft uns. Ich habe kein Verhause mehr. Frau Henriette und ihr Käsekuchen mit dem Birmerchen. Ich wollte meinen Käsekuchen haben mit dem Birmerchen, der mir gepackt hat.